Die Sims-Entwickler haben einen neuen Sims Delivery Express mit Badesachen veröffentlicht und ein Sims-Pack steht jetzt endlich gratis zur Verfügung. Die heißen Temperaturen machen sich langsam richtig bemerkbar und passend dazu wollen die Entwickler wohl Inhalte ins Spiel bringen. So wurde bereits am Dienstag nämlich ein neuer Sims Delivery Express veröffentlicht, welcher neue Badeklamotten für Erwachsene, Kinder und Kleinkinder hinzugefügt hat. Dabei muss man leider sagen, dass die Grundformen der Klamotten schon bereits so aus dem Basisspiel bekannt sind. Jedeglich die Texturen in einfarbigen Varianten sind neu. Hier haben wir eine Auswahl von einigen bunten Farben, aber auch Grau, Weiß und Schwarz erhalten, die für die meisten der neun Stücke gleich sind. Die Objekte glänzen auch wie bei echten Badesachen mehr als es die Basisspiel-Klamotten tun. Erwachsene Frauen können sich hier über elf neue Varianten freuen und Männer über jeweils einen Ober- und Unterteil. Kinder haben mit drei neuen Objekten etwas weniger bekommen und Kleinkinder haben auch die Auswahl der neuen Kindersachen im Kleiderschrank. Kommen wir jetzt aber zu einem Inhalt, der schon vor ein paar Jahren veröffentlicht wurde und derzeit komplett kostenlos heruntergeladen werden kann. Blühende Räume steht für alle PC- und Mac-Spieler gratis zur Verfügung. Das im Jahr 2021 veröffentlichte Set bringt insgesamt eine Auswahl an 24 unterschiedlichen Pflanzen in verschiedensten Formen und Farben. Ein Must-Have für alle Baumodus-Dekorateure unter euch. Konsolenspieler gehen diesmal leider leer aus, abonniert aber gerne meinen Kanal, um nicht zu verpassen, falls wieder andere Packs auch für die Konsole gratis bereitstehen. Und freut ihr euch eher über die neuen Badesachen oder das kostenlose Set? Also dann bis zum nächsten Video!